Einmal noch vor der Schulter, vor der Konzentration, steht für die Sack, Applaus für das Superfinale! In Kürze startet 3, Wolfgang Weichert, Plan 1, Julia Torquemann, 2, Superfinale, das ist jetzt Zeit und Stimmung, Machtstimmung, Applaus! Bei uns! Der bleibt Man of the Race, Wolfgang Mayer! 8,180 und 9,69 Julian Torquemann, das heißt, es hat sich nichts mehr verändert am Gesamtbild des Wochenendes. Man of the Race.